So, du hast den Hammer erhalten. Rämmere damit hölzende Pfähle ein und klopf auch mal auf andere Gegenstände. Zum Beispiel auf diese Maulwurfköpfe. So, ich wollte den Spiegel benutzen, mal wieder. Denn jetzt können wir in diese Gegend gehen, wo ich das erste Mal war. So, da müssen wir erstmal in den Ostraum. Und holen wir uns mal die Bombe zurück, die wir verbraucht haben, falls ich nicht wieder eine Bomben-Tour kriege. Mit drei Bomben drin. Jetzt haben wir vor denen auch keine Angst mehr. Ha. Nicht elektrisch werden. Was soll ich nur mit all diesen Rubinen? Lass mich in Ruhe auf deine Strahlen auf mich zu spucken, das ist nämlich nicht witzig. Jetzt sind wir mal wieder in dem Raum mit den Bombern. Ich hab jetzt irgendwie keinen Bock auf euch, verschwindet. Ich benutze jetzt mal den Bumerang, obwohl das ist... Ich glaub nicht, dass das gerade so eine gute Idee ist. Das war keine gute Idee. Ja, wenn jetzt das der Kristallschalter gedrückt. Seht mal, wie die zu mir rennen. Die sind so blöd, die haben ja noch nicht mehr Augen, oder? Ah, doch, die haben Augen. Das sehe ich ja jetzt erst. Die haben tatsächlich Augen. So, wir wollen da jetzt hoch. Halt. Wir haben ein paar Herzen verloren. Waren da nicht welche drunter? Wusste ich's doch. Oh, halt. Und schon wieder hab ich was vergessen. Ich muss ja die Tür mit dem Schalter öffnen. Dem wir eine Statue schieben. Ach ja, wenn man A drückt, kann man sie übrigens ziehen. So war das. Und klick. Die Tür ist offen. Wir können durch. Oh nein, nicht die schon wieder. Hm, ich kann mal was probieren. Geht das? Nein, leider nicht. Hey, irgendwie. Das hat geklappt. Ich hab keine Ahnung, warum man sich nicht mehr gespuckt hat. Trotzdem tun sie weh, diese Feuerwelle. So, Pfeiler hab ich auch wieder. So. Das. Das ist ein Spike, oder? Ich würde es einen Spike nennen. Komm zurück. Und schnell. Ich muss den Hammer ausrüsten, damit ich die Maulwurfkopfwörter kloppen kann. Ja, amen. Stehen sie mir auch im Weg. Na, spielen wir mal Hodenmaulwurf. Ha, die Schildkröte hab ich auch gleich getroffen. Jetzt muss es hier wieder so... Was zum... Das war doch eben nur eine. Jetzt muss es hier wieder so dunkel sein. Ähm, ach, hier hatten wir hier die Bomben-Taktik. Ne, ich kann's genauso gut mit dem Bumerang machen. So, ich hab noch einen kleinen Füßel. Sehr schön. Hab ich den jetzt nochmal drücken müssen? Dunkel. Schildkröte. Die hat aber wirklich keinen Kopf. Wie sieht die etwas? Noch dunkler. Noch mehr Schildkröten. Ach, die sind ja überall. Ah, ich kann sie ja tatsächlich auch wieder... Müssen sie jetzt mal ein bisschen aufräumen. So. Drei Stück sind auf dem Rücken. Die rennt mir nach. Da oben war noch eine. Ich glaub, die ist gleich wieder aufgestanden. Stimmt, dann kommt sie... auf mich zu. Wieso nehmen die eigentlich alle so viel Energie ab? Nicht jeder so schlecht im Dunkeln. Und... Machen wir mal Licht. Viel hat sich gebracht. Hoffentlich für den nächsten Raum. Hm. Welchen muss ich verschieben? Den nicht. Nö. Vielleicht den da oben. Den? Oder den? Ja. Der letzte Mal wieder. Merkt ihr was? Immer der letzte. Wir sind kurz vorm Boss und ich hab nur so viele Kerzen. Irgendwie gefällt mir das nicht. Gebt mir was. Gebt mir was. Nur Rubine. Das Gute ist, ich hab noch zwei Feen. Stimmt's? Einen grünen Trank. Der Boss ist auch ein ätzender Boss. Aber ich glaub, dass sein Raum wenigstens nicht dunkel ist. Ich wollt den Hammer. Wieso hab ich denn die Fee? So, ich stell euch den Helmersaurus vor. Den muss ich jetzt erstmal seiner Maske vorm Gesicht kloppen mit dem Hammer. Achtung auf seinem Schwanz. Ah, jetzt tut er erstmal Feuerbälle schießen. Oh nein. Das kann ein wirklich ätzendes Vieh sein. Ich hoffe, ich schaffe ihn ohne Game Over. Achtung, sein Schwanz. Wenn der Schwanznebel schneller klingt, dann wird er gleich anfangen. Späte jetzt nicht gerade Feuer. Nein, der Schwanz, der Schwanz. Mh. Was macht er jetzt? Der Schwanz wird hier lauter. Ne, jetzt wird erstmal Feuer. Ha, nicht getroffen. Cool. Es wird wieder Feuer. Ja, ist das? Hm? Hätten das ne 3 sein müssen? Wieder Feuerbälle. Irgendwie kann man leider nix... Na toll, der hat mich umgebracht. Zum Glück habe ich noch die Fee. Ähnlich wie der Moldom. Ich kann diesen Boss nicht besonders ausstehen. Er kann ihn zwar nicht runterwerfen, aber der kann einem ziemlich, ziemlich wehtun. Und es ist nicht getan, wenn man ihn die Maske runter hat. Jetzt muss man nämlich richtig gegen ihn. Nein, was macht er mit dem Schwanz? Das war jetzt vielleicht ein Pech. Puh. Gerade so. Schneller wird er auch. Nein, der Schwanz wird schneller. Ich glaube, das könnte ein Game Over werden. Ich versuche jetzt mal, wie ein Berserker zu sein. Um den möglichst oft zu treffen. Oh, cool. Ich habe ihn... Es ging ohne Game Over, aber ich habe zwei Feen gebraucht. Der Masaurus nervt, weil er sich wehtut mit seinen Attacken. Herzcontainer. Und wir bekommen ein Kristall, den wir finden sollten, wie es alle von uns wollte. Der Kristall ist ein Mädchen. Link, ich danke dir. Durch dich konnte ich den grausamen Monstern entrinnen. Einst verließ er das Goldene Land, wo sich das Tifos, die Goldene Macht, befand. Das hat der Baum uns schon erzählt. Doch als Ganon, der Anführer der Diebe, sich diese Macht zu eigen machte, ich habe gedacht, der Anführer der Diebe wäre blind gewesen, verwandelte er das Goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Heiwul erobern. Mit unseren Kräften hat er das Siegel am Tor nach Hyrule gebrochen. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance. Gut zu hören. Ihr sieben Mädchen, allesamt nachfahnder Weisen, können gemeinsam den Zutritt zu Ganons Versteck öffnen. Ich sage dir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ganon zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Trifos führen. Ist das nicht eine schöne Musik, wenn du mit dem Mädchen redest? Siegespose. Und wir werden wieder raus. So. Ich werde jetzt gleich in die Lichtwelt gehen, weil dort will ich noch ein paar Sachen machen. Ein paar Sachen, die man machen kann, nachdem im Acker nebenweg ist. Deswegen benutze ich jetzt den Spiegel. Wir müssen jetzt vor dem Ostpalast erscheinen. Ach, seht euch mal die Wache an. Wenn man hier reingeht, kommt man wieder zurück. So, ich werde jetzt mal einen Schnitt machen. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder, wo ich noch die Sachen in der Lichtwelt mache. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.